Ja hallo, mein Name ist Nils Völker, ich bin Künstler und eine meiner Arbeiten ist Teil der Ausstellung Beauty, die aktuell im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg läuft. Aber aus nachvollziehbaren Gründen können wir natürlich gerade alle selbst nicht in die Museen gehen und umso schöner finde ich es, dass wir auf diesem Weg euch das Ganze noch mal zeigen können und ihr einen Eindruck von der Ausstellung bekommt und auch von meiner Arbeit. Die wiederum besteht aus Mülltüten und zwar 216 Stück, die alle an der Wand hängen und kontrolliert aufgeblasen werden. Ein kleines Programm sorgt dafür, dass das Ganze in der richtigen Reihenfolge und Geschwindigkeit passiert und so entstehen so wellenartige, sehr organische Bewegungen in der Fläche und ein Gegenstand wie eine Mülltüte, die wahrscheinlich am weitesten davon entfernt ist, wie schön zu sein, wird dann am Ende in der Menge und in der Bewegung und auch mit dem Klang etwas wirklich sehr sehr ästhetisches und wie ich persönlich finde wirklich auch sehr schönes. Wir haben ein kleines Video vorbereitet, das ersetzt natürlich nicht wirklich den Besuch und das eigene Erleben, aber habt trotzdem Spaß damit und vergesst nicht den Ton aufzudrehen, weil wie gesagt, das Knistern ist sehr sehr schön. Liebe Grüße aus Berlin, bleibt gesund und bis bald! ! 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 Untertitelung des ZDF, 2020